Hallo? Jemand zu Hause? Äh, ich kann mal rein! Guten Tag? Ist hier jemand? Ich müsste nur mal kurz zur Toilette! Hat jemand eine Toilette, die ich benutzen darf? Ach, wissen Sie was? Ich gehe einfach in den Garten! Ah! Äh! Ah! Nein! Wieso? Wieso komme ich hier nicht? Wieso komme ich hier nicht raus? Nein! Moment! Haben Sie mich gerade eingesperrt? Oh Gott, wer wohnt hier? Ich wurde eingesperrt! Ladies and Gentlemen, erstmal ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft! Und damit willkommen zu Escape the House! Also, brich aus dem Haus aus! Äh, was ist denn das da? Da steht doch jemand! Oh Gott, wer steht da? Leute, wer ist da? Oh nein! Was? Was? Das ist Lia! Hi! Hey, was machst du denn hier? Wie kommst du hier rein? Äh, ah! Easy! Du bist es nur! Ich habe mich hier vor Aiden versteckt! Er hat mich den ganzen Tag nicht in Ruhe gelassen! Oh nein, du Arme! Äh, wo kommst du denn her? Äh, ich, ich komme von draußen! Ich wollte hier nur mal zur Toilette gehen und jetzt mir eingefallen... Irgendwie sind wir jetzt hier eingesperrt! Wir können die Tür nicht mehr benutzen! Voll komisch! Was machen wir jetzt? Und, äh, wo ist die Toilette? Oh nein, Leute! Was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie hier raus... Ähm, dann sollten wir schnell einen Ausgang finden! Ich muss heute Abend noch zu einer Party! Oh, Lia! Ja, dann müssen wir hier ganz geschwind raus! Alles klar! Dann wollen wir mal anfangen! Leute, wir sind hier im Escape-Haus! Wir müssen hier ein Rätsel beenden und vervollständigen, damit wir hier aus dem Haus wieder ausbrechen können! Da geben wir uns jetzt richtig viel Mühe, dass wir das auch hinkriegen! Hast du schon eine Idee, Lia? Warte, hier sind Knöpfe an der Wand! Hier siehst du das hier? Was? Da oben waren Fass mit einem Helm drin! Und Pfeilen, die auf das Fass gedeutet haben! Was ist das hier? Hab einen Helm, schreibt sie! Warte mal, hier sind ganz viele Rüstungssachen! Die haben aber alle keinen Helm! Mach mal den Helm am besten! Guck mal, mach den mal auf die Eisenrüstung hier, Lia! Ich glaub, der gehört auf die Rüstung rauf! Der muss hier... Nein, nicht auf die, nicht auf die! Nein, das ist die falsche, Lia! Nicht die, die hier hinten steht! Das ist Eisen! Das ist die Eisenrüstung! Hier ist Tisch! Ha! Ich bin... Hier ist ein Helm! Ich kann den aber nicht nehmen! Doch jetzt! Oh mein Gott, ich hab auch einen Helm gefunden! Wahrscheinlich... Jetzt hat der da... Hä, was hat der da in der Hand? Irgendwie so eine Art... Ist das ein Schlüssel? Eiserner Rosshanisch? Vielleicht brauchen wir den später oder sowas? Ich weiß es nicht! Hier können wir den zweiten Helm... Noch einer? Der hat einen goldenen... Vielleicht lassen wir die erstmal da! Ich weiß nicht, ob die die vielleicht brauchen! Ich mach's mal wieder ran hier! Wenn ich das hinkriege, da so wieder in die Hand gedrückt! Jetzt müssen wir wahrscheinlich für alle Rüstungen, die hier stehen... Ich mein, es ist ja nur noch die ja und die grüne Rüstung da hinten! Müssen wir wahrscheinlich, ähm... Die Sachen finden! Hier? Oh, hier gibt's ein neues Zimmer! Äh... Kommen wir da... Nee, da kommen wir, glaube ich, nicht rein! Da kommen wir nicht rein, aber wir können durchkommen! Hier ist ein anderes Zimmer! Hier können wir quasi noch in einen anderen Raum! Ey, das wird richtig cool! Das können wir, glaube ich, richtig lange spielen! Hier ist der Hinweis! Also, das... Achso, das ist... Das war's! Mehr steht da nicht beim Hinweis! Okay! Das ist nur so ein Ding! Also, wahrscheinlich müssen wir hier vier... Ah! Ah! Lea! Hilfe! Oh Gott! Was ist denn jetzt passiert? Ich glaube, ich hab einen Fahrstuhl benutzt! Oh mein Gott! Ich hab grad einen Fahrstuhl benutzt! Was? Ich bin grad in die... In die zweite Etage! Spawnpoint! Wo bist du, Easy? Warte, ich geh zurück! Ich geh zurück! Ich muss nur kurz gucken! Hier ist so ein Zimmer! Hier müssen wir wahrscheinlich auch... Oh, und Ledersachen sind hier! Hier müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen was machen! Aber ich geh erstmal zurück! Wir machen das mit Lia zusammen! Mal jetzt wieder eins! Junge! Und ich sammle jedes Mal Türen ein, irgendwie! Die spawnen jedes Mal! Was? Alles klar! Und einen Rahmen hab ich ja auch bekommen! Kann ich aber nicht platzieren! Ja, cool! Alles klar! Also, da steht... Das ist der Fahrstuhl! Du musst die... Ähm... Die Etagen freischalten! Ähm... Genau! Und du wirst in... Äh... In Etage 2 wirst du respawnen! Okay, das ist der Ort, wo wir quasi respawnen! Kommen wir irgendwie durch den Kamin? Wir können einfach hoch in die anderen Etagen! Das ist so cool! Was ist hier? Warte mal, ist hier irgendwas? Hier ist ein Hinweis! Also, du solltest nach der pinken Wolle gucken! Die gibt dir vielleicht einen Hinweis, wie du durch das Gemälde über dem Kamin kommst! Über dem Gemälde ist ein Kamin? Ähm... Moment! Über dem Kamin ist ein Gemälde! Stimmt! Da können wir... Wie kommen wir da durch? Wie können wir da durch? Warte mal, da liegt auch irgendwas! War hier noch irgendwas anderes? Lass mal gucken! Hier... Oh, warte! Hier ist noch was! Ein Kettenhelm! Okay! Du hast den Kettenhelm... Oder einen roten Herring gefunden! Was auch immer das ist! Diese können gesammelt werden! In den Levels sind aber nicht besonders nützlich! Du solltest sie aber trotzdem für später aufheben! Okay! So, warte mal! Ach so! Das ist dieser Helm! Den brauchen wir jetzt gar nicht! Weil hier ist ja gar keine Kettenrüstung! Stimmt! Warte, Lia! Ich komm zu dir! Wie ist sie da hochgekommen? Lia, wie bist du da hochgekommen? Was geht's? Hier geht's auch wieder ins Zimmer, wo wir wieder nicht reinkommen wahrscheinlich! Kommen wir da durch irgendwie? So... Ne, können wir nicht! Was ist hier? Ah, das! Hier gibt's einen Geheimgang! Ähm, was steht da? Parcours! Mehr ist hier nicht, oder? Komm mit! Äh, okay! Willst du den Parcours machen? Oh nein, Lia! Geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Warte! Ich bin Profi! Naja, nicht wirklich! Aber fast! So, zack! Und... Ah! Gott, beinahe wäre ich runtergefallen! Ah, wo müssen wir denn hier hin? Vielleicht auf den Kronleuchter rauf? Ah! Nein! Hä? Wir müssen, glaube ich, auf den Kronleuchter rauf! Ich bin runtergefallen! Ach, Mensch! Muss ich normal machen? Der letzte Sprung war ganz schön schwierig! Und jetzt hänge ich hier halb in dem Cobweb drin! So, zack! Eins! Zwei! Aber wie kommen wir zum Kamin? Ja, hast du eine Idee? Warum ist da eigentlich pinke Wolle? Warte mal! Was? Was? Hä? Ich stehe hier gerade in der Luft! Als ob ich hier gerade in der Luft stehe! Oh mein Gott, wie ist denn das passiert? Komme ich jetzt rüber? Wahrscheinlich wegen der pinke Wolle! Ja, warte! Yes! Und hier ist ein Gemälde! Okay, okay! Got it! Got it! Und was ist das hier? Das ist irgend so eine Art Tier! Yeah! Mega cool! Komm her! Ist richtig warm hier! Der Rauch steigt auf hier hinter! Hi! Willst du den Fahnen haben? Schenke ich dir! Nein, schenke ich dir nicht! Ich will die Deko nicht kaputt machen! Ich komme gleich! Warte, ich gucke mal! Also, wir müssen hier wahrscheinlich vier Sachen reinmachen! Ich denke mal ein Emerald, ein Stück Gold, ein Stück Eisen und einen Diamanten, würde ich erstmal so schätzen! Die müssen hier rein und wahrscheinlich geht dann die Vordertür wieder auf! Würde ich jetzt mal so sagen! Vielleicht ist in jedem Raum dieses Hauses, ich meine, wir haben vier Etagen, einer dieser Sachen bestimmt drin! Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal in dem Raum wahrscheinlich alle Helme finden! Wenn wir alle Helme haben, dann kriegen wir bestimmt das Erste, den ersten Emerald oder sowas! Schätze ich mal! Und ich glaube, also ich glaube, ich habe recht! Okay, warte mal! Also, das war das mit der pinken Wolle! Genau, das hatten wir ja gerade! Ähm, du kannst deine Perspektive wechseln, um hinter Gemälde zu gucken! Ähm, okay, okay! Und, und, die Fässer sind manchmal nicht zu sehen! Hier ist ein Gemälde! Kann ich... Lol! Hier ist was! Äh, Moment! Wie kann ich da am besten? Äh, was? Ich habe einen Helm gefunden! Easy! Wo, Lia? Wo warst du? Hör auf! Echt? Ja, nice! Wir haben einen Dia-Helm! Perfekt! Kannst du raufmachen! Aber wir brauchen jetzt nur noch den einen Helm! Das ist nämlich der da vorne! Und der hat jetzt diese coole Dia-Rüstung! So, warte mal! Ähm, was war ich gerade? Ich war hier am Gemälde! Vielleicht finden wir da noch einen Hinweis! Also, ähm... Guck hinter alle Gemälde in der ganzen Map! Ja, gut! Ja, toll! Warte, hier ist ein Hinweis wieder! Also, ähm... Der grüne Lederhelm... Ähm... Oder ist das nur ein Platzhalter für eine... Eine Schildkröten-Rüstung? Vielleicht hat es was mit Schildkröten zu tun! Vielleicht müssen wir sneaken, um da ranzukommen oder sowas! Oder wie eine Schildkröte! Ich weiß es nicht! Ich glaube, hier unten haben wir alles gemacht! Ich gucke jetzt noch mal in die zweite Etage! Ähm... Hier sind die beiden Hinweise! Die mache ich noch mal weg hier! Wir gehen mal in die zweite Etage! Die anderen Etagen haben wir, glaube ich, noch nicht freigeschaltet! Und dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht doch noch was finden! Das ist unser Respawn-Point! Also, hier werden wir quasi... Hier ist ein Bett drunter! Ah, wie der Einstiegspunkt gesetzt! Du kannst nur nachts schlafen! Oder während eines Gewitters! Was haben wir hier? Ein Tisch, eine Lampe! Ähm... Gut, dass ich Elton nicht mitgenommen habe! Gut, dass ich Elton nicht mitgenommen habe! Jetzt haben wir einen Genie hier dabei! Wo hast du ihn gefunden? Nein! Nein, das gibt's nicht! Wo hat sie den her? Komm, bitte verrat's mir da oben! Nein! Hier! Hier ist ein Fass! Das ist versteckt! Als ob! Ich glaub es nicht! Wir haben den letzten Helm! Das heißt, wir haben den ersten Raum beendet? Warte mal! Nein, ich glaube, es ist anders, als ich dachte, Leute! Es ist anders, als ich dachte! Aber es ist auch richtig klug! So kommen wir in den zweiten Raum! So kommen wir in den zweiten Raum! Und, Lia, du bist ein Genie! Wirklich! Du bist ein Genie! Oh mein Gott! Ja, nice! So, hier rüber! Zack! Jetzt müssen wir nur hier wieder rauf! Dann hier auf die pinke Wolle! Oh nein! Ich bin vorbeigesprungen! Zack! Dieses Mal habe ich es dann ja geschafft! Und rüber! Ha? Reinsneaken! Und jetzt haben wir es! Grün! Gold! Eisen! Diamant! Und wir haben den zweiten Raum entfesselt! Und da vorne ist die Living Area! Leute! Ich würde sagen, Lia und ich, wir werden hier noch einige wunderbare Tage verbrechen! Ringen in diesem Haus! Würde ich sagen! Das dauert bestimmt eine Weile, bis wir hier ausgebrochen sind! Lia fängt schon mit dem nächsten Raum an! Leute! Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da! Die zweite Folge davon kommt ungefähr in einer Woche! Also schaltet auf jeden Fall wieder ein! Und dann werden wir sehen, ob wir hier beide ausbrechen können! Wo auch immer sie schon wieder hin ist! Ich muss übrigens immer noch zur Toilette! Vielleicht kommen wir auch irgendwann ins Badezimmer! Freut euch, wenn es euch gefallen hat! Like da lassen! Wir sehen uns dann bald in einem neuen Video! Bis dann! Und euch allen noch einen wundervollen Tag! Und hasta la pasta!